Ah, hier ist einiges los. Hier ist ein Fass, können wir das entzünden? Scheiße, 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 das war gerade unfreiwillig und wir haben auch noch Leben verloren, verdammt. Oha, kommt der hier unten durch? Na? Hallo? So, er kommt unten durch, okay. So, da habe ich doch eine... Na? Na, wir sind da mit dem Gnadenstoß. Oh, okay, so funktioniert das also. Leider haben wir ein bisschen Lebenspunkte verloren. Das war sehr unfreiwillig. Oh, ich würde gerne crouchen, damit wir ein bisschen durchgucken können. Aber wir haben noch unser Radar. Okay, hier ist ein bisschen was los. Würde ich sagen. Ich nehme mal auf die Schnelle. Und dann spielen wir mal Katz und Maus mit denen. Und machen mal einen nach dem anderen Platz. Ah, er hat zwei gedrückt halten, ist also der Gnadenstoß, okay. Da hinten ist wohl auch noch einiges los. Nur wo ist das... War das der Rabe, der... Der angezeigt wurde, ist okay. So. Nichts drin. Eine versperrte Tür. In den Supermarkt gelangen ist also unsere Aufgabe. Ähm, na gut. Ärgerlicherweise sind wir leider runtergefallen. Und haben ein bisschen Lebenspunkte verloren, aber gut, das geht noch. Die netten Herrschaften hatten also nichts dabei. So. Hat auch nichts dabei. Ähm... Ist das jetzt wieder der Rabe? Abgesehen davon... Es ist nichts hier drin. Es ist nichts hier drin. Oh, kommt die Mülltonik, die funktioniert wohl nicht. Hm. Noch eine Leuchtrakete. Hier werden wieder plünderbare Objekte angezeigt, die gar nicht plünderbar sind. Das ist ein bisschen verwirrend. Okay. Ich glaube, den Eingang haben wir gefunden. Das ist verbarrikadiert. Höh! Schhh! Schhh! Hintze, er war mit dem Alarm verdrahtet. Schnell rein, bevor alle Pestwollen im Umkreis angelaufen kommen. Na dann aber schnell. Äh, Alarm ausschalten. Alarm ausschalten. Schhh! Scheiß! Scheiß, ich hoffe, die kommen da nicht durch. Okay. Nur nicht hektisch werden. Ratten, 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 Ratten. Okay. Na, in erster Hälfekasten. Oh, bitte Tür, halte. Oh, bitte Tür, halte. Ich würde wirklich gerne den Alarm ausschalten. Aber langsam, eins zum anderen. Ah, hier. Okay. So, das wäre er hier gewesen. Er hat leider auch nichts dabei. Wie sieht's mit ihm hier aus? Oh, wunderbar. Ein Energy Drink und Pistole Munition. Ist doch mal gar nicht so übel. Abgesehen davon gibt es hier nicht... Boah, dieser verdammte Alarm. Okay, ich glaube, hier kommen wir durch. Und wir sind auch noch total blind unterwegs. Wir haben nicht... ...diese Verbindungsstation gefunden. Okay, hier einmal durch. Na? Ah, ja. Ich möchte eigentlich wirklich gerne diesen Alarm ausschalten. Okay, einen Hammer suchen, also. Was hat denn hier? Ah, hier ist ein plunderbares Objekt drin. Nicht übel. Ein weiteres Objekt. Eine Tür, die verbarrikuliert ist. Okay, dann schauen wir mal hier. Vielleicht ist hier ja der Hammer drin. Jawohl. Sehr gut. Wenn du schon mal da bist, greif zu. Klau, was du kriegen kannst. Dafür sind wir ja da. Trotzdem würde ich gerne den Alarm zuerst ausschalten. Okay. Die Britte entfernen. Elijah, bleib ruhig. Das sieht man halbwegs sauber aus hier drin. Oh. Oha. Da habe ich mich wohl geirrt. Hier ist nichts drin. Ich muss sagen, wir scannen mal alles ab, was geht. Oh, was war denn das? Okay. Oh. Oh. Okay, wir hätten hier einen Infizierten. Oh. Oh. Okay, langsam. Okay, langsam. Okay. So, plüner sollten wir vielleicht erst doch später, wenn alle kaputt sind. So. So sind die mir auf jeden Fall lieber. Okay, diese Frau hat ein schlinderbares Objekt dabei. Das war eine leckere Coda. Die ich auch mir gerade gönne. Oha. Okay. Solange es halbwegs einzelne sind, ist das, glaube ich, möglich, ja, die noch mit dem Cricket-Schläger zu töten. So, okay. So. Waren das alle? Ich hoffe doch, ja. Wir wollen Elijah nicht sterben lassen. Das Inmitars voll. Nein. Okay, wir haben diverse Leuchtraketen. Da würde ich sagen, wir heilen uns mal einmal. Okay. Oha. Das war nicht so viel. Ein weiterer Infizierter. Eine versperrte Tür. Die ist leider komplett voll. Das ist ein bisschen ärgerlich. Oha. So. Nope. Ein weiteres Objekt. Ein leckerer Saft. Okay, dann würde ich nur sagen, wir sind wieder komplett voll von unseren Lebenspunkten her. Und jetzt ist unser Inventarfall. Nein, wer ist denn, wie wir das grüßen? Infizierter mit Fünderbahnabjekt. So. Okay, eine Sekunde. Kann ich es auch aussortieren? Leuchtraketen. Wäre vielleicht nicht von... Nicht verkehrt. Wir haben... Na gut, die Leuchtraketen sind, glaube ich, auch ziemlich wichtig. Vielleicht sollten wir hier nochmal zurückkehren, eventuell. Was ist das? Streuungsaufwertung. Wir haben ein Verbesserungsobjekt für eine Waffe gefunden. Sehr gut. Ansonsten möchte ich endlich diesen verkackten Alarm ausschalten. Ja. Spielzeug, das möchte ich mitnehmen. Das geht leider nicht. Und ich glaube, das hier ist eigentlich der Ort von Interesse, weswegen wir überhaupt da sind. Alter Schwede. Okay. Okay. Oh. Schauen wir mal, ob was drin ist. Nein. 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 Auch nicht. Ein Objekt und eine geöffnete Tür. Hier sind also ein paar Bretter, die wir nicht mitnehmen können. Das sind wir ein bisschen unsere... Oh toll, einmal in den Keller. Bretter, die immer noch voll sind. Na gut, es sieht wie sehr... Alter, ruhig. Das sieht wohl so aus, als müssten wir... Wenn du den Kasten findest, schließt das Pad an, um die Kameras zu aktivieren. Okay. Aber zu allererst... Ziemlich oft nichts drin. Oh, ich glaube, hier sind wir richtig. Sehr schön. Unsere Karte ist aktualisiert. Gut. Die CCTV-Kameras sind wieder online. Immer wenn du einen dieser Verteiler scanst, werde ich ihn hacken und seine Karte aktualisieren. Schau auf dein Pad. Ja, ich schau auf mein Pad, oder? Sehr gut. Weitere Pistol-Munition. Okay, hier sieht das ziemlich müllig aus. Molotow-Cocktails. Nein! Oh, Mist, die wären vielleicht nicht übel gewesen. Hm. Was ist das? Ist das auch blunderbar? Oh, nein. Hm. Okay. Einlagern ist wohl nicht drin, oder? Nein. Nein, unser Rucksack ist zu klein. Na gut, was ist das Ziel? Scheiße! Alter, hat die mich gerade... Alter, hat die mich gerade gerissen. Wie kam die denn hier rein? Gut, nun such den Weg zur Abkürzung von vorhin. Und schieb deinen Ars in einem Stück zurück ins Safehouse. Jo, wir versuchen das. Okay, das bedeutet hier durch. Der Dreckschack macht genug Lärm, um Tote aufzuwecken. Oh, haf. Los, raus da! Oh, haf. Okay. Hier ist unsere Abkürzung. Dann einmal schnell weg hier. Boah! Boah! Alter! Ich möchte eigentlich nochmal zurück, ehrlich gesagt. Oh. Ha. So, du bist also zurück. Vielleicht ist dir im Hauptraum eine Kiste mit Rabensymbol aufgefallen. Ja. So Zeit, sie dir zu zeigen. Die haben wir zum Beispiel schon ein, zwei Mal benutzt, aber okay. Darin kannst du Waffen, Munition und Vorräte ausbewahren. Draußen kannst du nicht alles...